Ich arbeite mit Paaren besonders gern zusammen, die mich wertschätzen und die wissen, dass ich sie nicht über den Tisch ziehe, weder finanziell noch inhaltlich noch strukturell, sondern dass die wissen, da kommt Johann und der macht das richtig gut. Und deswegen stellen wir dem was zu trinken und haben vielleicht noch einen Kuchen besorgt oder machen es irgendwie schön den Kamin an oder wer keinen Kamin hat, besetzt uns irgendwie auf dem Balkon oder wir sind einfach, du bist jetzt bei uns zu Hause und deswegen ist es auch kurz dein Zuhause und da darfst du dich wohlfühlen und das merke ich und das merke ich in der, möchtest du noch länger bleiben, was möchtest du irgendwie noch essen danach, brauchst du noch einen Stuhl oder so, das lehne ich ganz oft alles ab, ich brauche das alles nicht, aber sie inkludieren mich als Person und nicht nur als Dienstleister und das macht das Ganze sehr besonders.